Ja, hallo, ich bin Robert Thalheim. Mein Film Eltern läuft auf dem Filmfest München. Geschichte um einen Hausmann, der wieder anfangen will zu arbeiten. Es geht um neue Männer, Rollenklischees, Kinder und das Glück und Unglück von Familie. Und es ist ein Film, den man Komödie nennen kann, weil er viel Spaß macht. Und trotzdem einen authentischen Zugriff auf die Charaktere hat. Mit ganz tollen Schauspielern, mit Christiane Paule und Charlie Hühner. Und der ist mein zweiter Film auf dem Filmfest in München. Ich bin das zweite Mal aus Preußen, aus dem tiefen Berlin nach München gereist, um meinen Film zu zeigen. Und bin schon das letzte Mal sehr warm aufgenommen worden mit Alexander Fehling. Da habe ich mit am Ende vom Touristen auch einen Preis gewonnen. Und freue mich einfach riesig, wieder dabei zu sein.